Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Jurassic World Evolution 2. Und wir schauen uns heute zwei richtig coole neue Mods für das Spiel an. Unter anderem die Open Aviaries Mod. Die ist auch wieder von Kai Odenik, der ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auf jeden Fall vorbei, lasst da mal ein Abo da, weil der macht richtig coole Mods. Und mit dieser Mod haben wir auch wieder coole neue Baumöglichkeiten. Die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Nämlich kommen dadurch, Moment, zwei neue Aviarien ins Spiel. Einmal die Open Aviary und einmal die Invisible Aviary. Nämlich kann man bei der Open Aviary das Ganze sehen, da hat man dann nur diesen Rahmen und kein Käfig mehr. Was echt cool ist. Bei der Invisible Aviary hat man gar nichts mehr. Und man kann hier auch innerhalb dieser Aviaries das Ganze komplett mega gut bearbeiten. Also auch ohne Begrenzung. Das wurde auch alles aufgehoben. Man kann jetzt auch hier das Ganze absenken. Also da kann man jetzt viel besser alles fertig bearbeiten und verändern. Hier geht natürlich genauso. Hier könnte man jetzt auch wieder Gras und so drüber machen. Dann würde man diesen Rand zum Beispiel auch nicht mehr sehen. Größer machen könnte man das natürlich auch. Jetzt kommt natürlich ein Sturm, aber das soll uns nicht aufhalten. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, auch bei den Normalen noch eine Veränderung. Nämlich hier können wir jetzt auch das Terrain ohne Probleme bearbeiten. Ja, der Tornado gleich direkt hier. Alles klar. Ist ja quasi wie ein Relive heute. Bei den Stürmen. Hat direkt hier die Kuppel komplett zerstört. Na super. Aber ich glaube, man sieht das schon ganz gut. Weil vorher hatte man hier immer so ein paar Baubegrenzungen, was das Absenken und so angeht. Und jetzt kann man hier wirklich komplett alles frei bearbeiten. Man kann sogar hier die ganze Kuppel verschwinden lassen, wenn man möchte. Was echt cool ist. Aber diese beiden sind natürlich noch interessanter für uns. Also erstmal ist es natürlich cool, dass wir keine Baubegrenzung mehr haben. Aber dass man jetzt so offene Aviaries bauen kann, das ist natürlich mega cool. Dann hat man nämlich quasi frei fliegende Flugsaurier. Kann man dann in bestimmten Gebieten dann platzieren. Ich würde sagen, wir machen das mal mit der Invisible Aviary. Das ist nämlich nochmal eine ganze Nummer cooler. Da können wir jetzt ja mal eben so eine Brutstätte reinbauen. Und dann können wir gleich mal gemeinsam Flugsaurier freilassen. Und jetzt haben wir hier unsere Flugsaurier ganz normal in diesem Bereich am rumfliegen. Ist halt eine ganz normale Aviariumskuppel, nur in unsichtbar. Jetzt könnte man zum Beispiel auch das hier noch entfernen. Da würde man gar nichts mehr sehen, außer diesen Rand. Den müsste man jetzt noch gut gestalten und verdecken. Und dann wäre das echt cool. Dann würden die halt echt frei rumfliegen. Bäume platzieren kann ich jetzt leider nicht mit diesem Tool. Aber wir haben ja mittlerweile zum Beispiel auch diese Pflanzen, die man platzieren kann so. Mit Mods. Und da könnte man das Ganze dann natürlich hier schön verdecken und einbauen. Das natürlich jetzt in Kombination mit mehr Mods noch. Das ist jetzt hier dieses Scenary Mod. Und die Free Build Mod habe ich jetzt hier auch noch verwendet. Und dann kann man das hier wirklich komplett verstecken, den Rand. Könnte auch hier Felsen hinmachen. Das müsste man halt jetzt schön gestalten. Das werden wir dann nochmal irgendwie in einem Parkbau-Projekt oder so testen, denke ich. Aber ich glaube, man sieht schon ganz gut, in welche Richtung das geht. Man hat dann halt wirklich kein Käfig mehr. Bringt wieder viele neue Baumöglichkeiten für uns in das Spiel. Guck mal, hier kann man auch alles verändern vom Terrain. Also das ist gar keine Begrenzung. Man müsste halt echt nur den Rand so ein bisschen überdecken. Oder man könnte das halt auch mit dieser anderen Möglichkeit hier machen. Das hier. Damit könnte man das auch bauen. Dann hätte man noch so einen kleinen Rahmen. Könnte sicherlich auch cool aussehen. Man könnte das vielleicht auch so für was anderes verwenden. Man könnte den ja zum Beispiel länger ziehen. Dann hätte man so eine Mauer. Und dann hier irgendwie was reinbauen oder so. Oder das hier als Gehege benutzen. Das sieht ja auch so ein bisschen aus wie so eine Gehegemauer. Ist an sich auch nicht schlecht, ne? Weil das kann man ja auch komplett verändern. Könnte man zum Beispiel das auch so machen. Dass dann nur so die Spitze rausguckt. Aber da fallen mir so viele Sachen ein. Ist halt immer echt cool, wenn man keine Baubegrenzung hat. Dann hat man halt hier nur so einen kleinen Mini-Zaun. Oder so einen Mini-Geländer. Ich denke mal, man sieht schon ganz gut, in welche Richtung das geht. Ich frage mich ja ehrlich gesagt, was passiert, wenn ich jetzt hier das Wasser entferne und dann das Terrain mega anhebe. Warte mal, es ist ja hier auch eine Kuppel. Und jetzt wäre ja das Terrain komplett über der Kuppel. Aber wahrscheinlich fliegen die Flugsaurier dann in dem Terrain rum. Also ich denke mir, ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt halt quasi genauso, wie ich es hier gemacht habe. Dass ich das Terrain einfach durch die Kuppel gezogen habe. Und dann die Flugsaurier eigentlich gar keinen Platz mehr haben für irgendwas. Okay, aber das scheint mir so, als wenn die dann in dem Terrain rumfliegen. Da muss man dann halt ein bisschen aufpassen, dass man das einigermaßen vernünftig macht. Oh ne, die kommen sogar da oben raus. Oha. Okay, sehr interessant. Und als zweite Mod für heute haben wir dann auch noch die Open Lagoons. Da haben wir dann auch neue Lagoon-Gebäude. Nämlich insgesamt drei Stück. Das hier sind die Standard-Dinger. Und dann haben wir einmal diese hier. Das ist eine ganz normale Lagune. Allerdings können wir dort das Terrain dann selber bearbeiten. Das heißt, ihr seht hier noch gar kein Wasser. Man müsste jetzt erstmal selber das Wasser einzeichnen. Aber das ist richtig cool. Dadurch kann man halt die Lagune dann auch selber gestalten, wie man möchte. Indem ich hier das Terrain halt absenke, kann ich hier dann das Ganze einzeichnen. Da kann ich dann auch hier zum Beispiel eine Insel in die Mitte machen. Und dann könnte ich auch hier drin alles gestalten. Zum Beispiel hier auch wieder Felsen mit reinbringen. Oder Pflanzen mit reinbringen. Sieht bestimmt cool aus, wenn man dann hier einen Moser freilässt. Man könnte dann natürlich auch hier diese Ränder zum Beispiel überdecken. Dann würde man die gar nicht mehr sehen. Also das ist schon echt cool. Man kann hier halt auch wirklich so tief einzeichnen, wie man möchte. Oder so flach einzeichnen, wie man möchte. Man könnte hier zum Beispiel auch so richtig flaches Wasser nur machen. Da gibt es auch wieder so viele Möglichkeiten. Aber wir schauen uns jetzt erstmal die anderen noch an hier. Da haben wir nämlich auch noch diese hier. Zeichne ich auch mal schnell ein. Da hat man dann auch die gleichen Möglichkeiten. Allerdings ist halt hier dieser andere Rand. Und dann haben wir auch noch eine weitere. Nämlich diese hier. Da hat man dann gar keinen Zaun mehr. Nur noch so einen Betonrand. So einen kleinen. Das ist dann natürlich am einfachsten, das Ganze zu verstecken. Dass da überhaupt eine Lagune ist. Indem man hier zum Beispiel einfach das Terrain anhebt. Und dann das Ganze schön verdeckt. Und dadurch kann man halt wirklich viel coolere und natürlichere Lagunen erzeugen. Weil ich könnte jetzt hier zum Beispiel einen Fluss draus machen. Können wir einfach machen. Gemeinsam. Zumindest so schnell. Das wird jetzt natürlich nicht perfekt aussehen. Da müsste man sich ein bisschen Zeit nehmen, um das Ganze zu gestalten. Aber ich glaube, man sieht dann relativ schnell, in welche Richtung das geht. Und dann müsste ich jetzt hier zum Beispiel noch das Ufer gestalten. Und sowas. Und dann hat man echt einen coolen Fluss, wo man dann auch Wassersaurier freilassen kann. Was mega nice ist. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal hier einen Moser frei. Und dann schauen wir uns das mal an. Und da kommt der Mosasaurus. Schwimmt jetzt sozusagen in unseren Fluss, den wir gerade erschaffen haben. Da dürfte man jetzt eigentlich auch alles... Ah gut. An den Rand kann ich hier nicht bepflanzen. Das ist interessant. Das heißt, das müsste ich dann auch wieder mit den anderen Mods machen. Mit diesen selbstplatzierbaren Bäumen. Da könnte ich dann auch hier das Ufer und so vernünftig noch gestalten. Werde ich mir natürlich jetzt hier nicht die Zeit nehmen. Aber da könnte man dann echt so einen richtig natürlichen Fluss machen, in dem dann zum Beispiel ein Moser schwimmt. Was ich mega cool finde. Weil solche Möglichkeiten hatte man vorher halt gar nicht. da schwimmt dann der Moser. Da könnte ich jetzt zum Beispiel auch noch Felsen rein platzieren in die Lagune. Gut, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass er dann in das Terrain so ein bisschen reinschwimmt. Aber finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Wenn man das jetzt hier den Rand noch so ein bisschen gestaltet und sowas, würde das fast gar nicht mal auffallen. Würde es halt so aussehen, als wenn er irgendwie in der Tiefe verschwindet von oben. Aber es ist schon cool, dass man jetzt die ganzen Lagunen komplett gestalten kann. Man könnte natürlich jetzt auch eine normale Lagune bauen und diese einfach ein bisschen verschönern. Mit Felsen in der Mitte oder ein paar Pflanzen oder sowas. Also man hat halt jetzt hier gar keine Baubegrenzung mehr. Es ist halt echt cool, dass man das Terrain jetzt anpassen kann. Ich denke, man sieht auf jeden Fall, in welche Richtung das geht. Und ja Leute, das soll es jetzt auch schon mit diesem Mod-Vorstellungsvideo gewesen sein. Ich denke, ihr habt ganz gut gesehen, was diese beiden Mods können. Ich finde die richtig cool. Sind wie gesagt mal wieder von Kai Odenik. Die beiden Mods sind natürlich auch unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Und falls euch dieses Video gut informiert hat, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandie.